Hallo und herzlich willkommen bei Silvies Kreativwelt. Heute zeige ich euch, wie ihr diese Karte gestalten könnt. Für das Motivpapier im Hintergrund ist ein Aquarellpapier der Firma Hanemühle in der Stärke von 250 Gramm meine Basis. Um ein Wellen des Papiers zu verhindern, fixiere ich es mit Malerkrepp auf einem Holzbrett und streiche dann mit einem Pinsel Wasser satt auf. Für die Farben verwende ich Simon Hurley Inkpads in den Farben Clear Skies, Midnight Snack und Game Over. Diese habe ich auf einem laminierten Papier abgedrückt und kann dadurch mit dem Pinsel die einzelnen Farben gut aufnehmen. Je nachdem wie trocken oder nass euer Pinsel ist, könnt ihr selbst steuern, wie ihr die Intensität der Farbe möchtet. Bevor ihr an der zweiten Lage arbeitet, sollte das Papier trocken sein. Ich beschleunige den Vorgang, indem ich mit dem Heat Tool von Tim Holz das Papier trockne. Da das Malerkrepp schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen wurde, erneuere ich es für den nächsten Arbeitsschritt. Nun verwende ich die Farbe Game Over, ein sattes Bordeaux-Rot und klopfe es zuerst mit dem Pinsel auf dem Papier ab und verwende dann den Tim Holz Distress Marker Spritzer. Dies ist eine Airbrush-Pumpe, um die Verästelungen zu erzielen. Für eine stärkere Farbkonzentration verwende ich den Reinker der Farbe Game Over und tropfe zwei Tropfen auf eine Palette. Mit einer Sprühflasche sprühe ich dann etwas Wasser direkt auf die Palette. Hier könnt ihr auch wieder steuern, wie stark verdünnt ihr die Farbe wollt. Weil der Reinker normalerweise für die Farbauffrischung eurer Stempelkissen dient, hat er natürlich eine extreme Intensität. Je nachdem auch wie der Neigungswinkel eurer Hand ist, könnt ihr ebenso den Verlauf der Verästelungen etwas steuern. Abschließend tropfe ich etwas Wasser auf das Papier, lasse es kurz einwirken, tupfe es mit Zeva ab und habe dadurch noch ein paar hellere Flecken. Für das Stempeln verwende ich den Stamp Perfect von Hampton Art und ein Stempelset von Simon Hurley, es heißt Encouraging Words. Das Papier wird mit den Magneten fixiert, der Stempel aufgelegt. Wenn ihr dann die Tür schließt, haftet der Stempel daran und kann immer wieder an derselben Stelle abgestempelt werden. Ich verwende die Farbe Game Over und wie ihr seht beim ersten Mal gelingt es mir nicht gut. Da ich den Stamp Perfect benutze, kann ich glücklicherweise den Stempelvorgang an derselben Stelle wiederholen. Der Spruch You are a Blessing, Du bist ein Segen, gefällt mir besonders, weil er diesen Handlettering Look hat. Ausgestanzt wird der Spruch mit einer Stanzform aus einem Set der Firma Waffle Flower, es heißt Speech Bubbles. Ich verwende für das Stanzen meine Big Shot, lege das Papier mit der Stanzform zwischen die beiden Acrylplatten und kurble es dann durch. Da ich den Spruch auf der Karte nachher im 3D-Look haben möchte, stanze ich dieselbe Größe noch dreimal aus weißem Fotokarton aus. Mit dem Papierkleber von Raya werden dann alle 4 Schichten aufeinander geklebt. Dadurch erspart ihr euch doppelseitiges Abstandsklebeband und habt auch eine sehr große Stabilität dieser Sprechblase. Das gestaltete Motivpapier wird dann mit dem Reiher Papierkleber zuerst auf weißem Fotokarton angebracht und als nächstes dann direkt auf der Kartenbasis fixiert. Alle Angaben zu den Materialien findet ihr übrigens unten in der Infobox. Abschließend klebt ihr dann noch die Sprechblase auf. Vielen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, um zuzusehen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Eure Sylvie Ich wünsche euch nochmal Jungen-Talk, ¡Hier noch Aye!